Sooo, sehr schön, sehr schön. Den haben wir abarbeitet, den Amoklauf haben wir auch gleich abarbeitet. Wenn der den weggebracht hat hier, sollte das kein Problem mehr sein. Gut. Per Suizidversuch. Alter, sowas hatte ich ja noch nie. Halleluja. Komm her. Komm, Meles. Fahr. So fährst du nicht. Ah, jetzt. Hier hin. Schnell. So, du kannst schon mal Rettungsdienst... Ah, mach ich gleich, wenn ich den aus dem Wasser absteigen. Hol die raus. Gut, ich hol schon mal einen Rettungsdienst. Fahrzeug 22. Alter. Was war das? Habt ihr das gehört? Jetzt hab ich Angst. So, geh doch mal rein da ins Wasser. Hol die Person da raus. Knockout. Knockout. Scheiße. Äh. Hab ich noch andere Taucher? Gibt's ne Tauchergruppe oder so? Wie krieg ich den da jetzt raus? Der wurde totgeprügelt. Wie krieg ich den da jetzt raus? Äh. 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 Ist nicht gut. Ist definitiv nicht gut. So, einmal das... Zweier von der Wache. Eins. Alter. Gibt's hier keine anderen Taucher? Ich brauch einen Taucher. Ähm. Kannst du den festnehmen? Befragen? Auch nicht. Ähm. Ja. Was mach ich denn jetzt? Wetten. Der steht gleich in der Laterne drin. Notarzt. Schon mal bereit machen. Kannst du den denn von hier aus behandeln? Dass er mir da schon mal nicht stirbt? Ne. Fahr mal ein Stück vor. Fahr mal ein Stück vor. Danke. Damit das HLF durchkommt. Jetzt ist die Frage. Kriege ich die da mit der Feuerwehr raus? Weil ich glaube, es gibt keine andere Tauchergruppe, oder? Ähm. Personen raus? Geht das? Ne. Ähm. Ja gut. Dann schicke ich das mal nach Hause. Ist das so? Ja. Das wird jetzt schwerer Verkehrsunfall. Komm. Du bleibst... Nein. Scheiße. Desinfektion. So, äh... Fahrzeug 38 gehört. Äh. Einmal Wache 3, bitte. Fahrzeug 18. Das Einsatz steht nämlich noch da. Das habe ich vergessen. Was mache ich denn jetzt? So. Du nach... Komm. Ich will dich alarmieren. Jetzt. Komm, 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 komm. Jetzt. So. Hierhin alarmieren. Achso, den hier oben habe ich ja total vergessen. Na gut, den lassen wir... Lassen wir einfach mal weglaufen. Hat keiner gesehen, okay? Alle weggucken. Ich brauche außerdem noch einen zweiten RTW an der Einsatzstelle. Wir könnten die Drehleiter noch rausschmeißen als First Responder. Ja, komm. Die sind auf jeden Fall schneller da als die anderen. So, dann brauche ich noch Rettungsdienst von hier oben. Ja, Einsatz abgebrochen. Macht nichts. Halb so wild. So, absteigen. Du? Ich will die ja nicht ausknocken. Ich will die da rausholen. So, hol die da mal raus. So, äh... Notarzt direkt vor... Schon mal nach hier. Einer von euch noch, bitte. Notfallrucksack. Und dann brauche ich noch einen zweiten RTW. Wache. Drei ist raus, so wie es scheint. So, raus mit dem. Zack, und du willst deinen Kollegen mal raus. Gut, dass das geht, dass sie auch von alleine nach Hause fahren. So, First Responder. Drehleiter First Responder erst mal. Ich verspreche Ponder. So. Macht nichts, aber du kannst sie am Leben erhalten. Rettungsdienst ist gleich da. Ich brauche hier auch noch ein zweites Neff, glaube ich. Äh... Ja, geh doch mal rein da. Äh, hol den mal. Nein. Wahrscheinlich habe ich auch falsch reagiert. Ich habe ja auf Knockout geklickt. Nein, du sollst... So, du fährst durch. Du fährst nach hier durch. Ich brauche den anderen. Den brauche ich. Absitzen. Schere. Aussteigen. Aussteigen. Sie hat wieder die Mütze auf. Ist das süß. So, raus mit. Auch wenn ich nicht ganz glaube, dass... ...der da drin eingeklemmt ist. Aber ist egal. So, komm. Hast du ihn ja. Komm, bring ihn an Land. Geht's ihr? Mir geht's gut. So. Gut. Da ist es wohl. Gut. Guti, 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 guti. Brauche ich noch einen zweiten RTW. Ist der schon einsatzbereit? Nein. Hol ich mir den mal von hier unten. Den zweiten RTW. Tülü, Tülü. Was geht's? Wie weit ist der denn? Ist noch nicht so weit. So, was hier los. Zweiter RTW ist auch schon da. Könnt euch gleich mal eine Trage schnappen. Du willst ja auch schon mal die Trage. So, ihr nehmt euch die mit. Ich hoffe, die muss nicht unter Begleitschutz gefahren werden wegen Suizid oder so. Ich denke mal nicht, oder? Ich hab keine Ahnung. Suizid ist nicht gut. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ah, schön angefahren worden. Wollte über die Straße und dann patsch. Aber er hier ist auch ganz schön blutig. Sagst du ja. Da ist jetzt der zweite RTW. Sehr schön. Wer läuft da rum? Hä, 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 hä. Ja, warte mal. Fahrt doch mal das Auto ein Stück zurück. So, kann stehen bleiben. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber passt schon. So, du in dem Rang. Jetzt rennt der einmal komplett rum, aber jetzt wollt ihr den noch nicht zurückholen. Jetzt ist er eh gleich da beim Eingang. Gut. Was haben wir hier? Beide versorgt. Einmal die Polisize zur Einsatzstelle. Drehleiter kann abrücken. Ihr könnt abrücken. Feuerwehr kann einrücken. Pol übernimmt. Einsatzstelle an Rettungsdienst. So, ihr nehmt euch den schon mal mit. Das sieht gut aus. Ich hoffe, das geht. Ich will auch schon mal eine Trage holen. So, du stellst jetzt mal. Du machst jetzt erstmal den Verkehr hier ein bisschen frei. Stell dich ruhig mitten auf die Kreuzung. Abschützen. Abschützen. So, so. So. Äh, umleiten. Kann ich meine Kollegen eigentlich auch umleiten? Falsche Richtung. Da lang. Ja, das geht. Sehr schön. So, der ist von da jetzt erstmal frei. Dennoch nach hier frei machen. So. Ihr nehmt euch den mit. Und ihr nehmt euch den mit. Ich hoffe, ich brauche keinen zweiten Notarzt. Einer. Ich habe ja bloß einen. Gerade hier zur Verfügung. Aber ich denke mal, dass der hier ohne Notarzt kann. Ja, Intensivbett. Der braucht unbedingt einen Notarzt. So, und du? Das geht so. Sehr schön. So, sehr gut. Du holst mal noch ein Abschleppauto. Abschleppwagen ist alarmiert und auf dem Weg. Du sollst mal ein bisschen umleiten im Verkehr. Du kannst mal das Auto ein bisschen vorbei. Bei Seide von. So, kannst du den so bringen? Ja, kannst du. Sehr schön. So, ihr Start ist 2. Und dann mal sehen. Mal sehen, was das wird. Du fährst mal das Auto nach, ähm... Hier. Dann brauche ich, glaube ich, bloß noch die eine Seite hier. Das sind... Abzusichern. Wird umgehend durchgeführt. So. So ist das schick, ne? Jetzt machst du noch ein bisschen Festbeleuchtung an. Gott. Guck dir das an. Ach, wie schön ist das. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Jetzt warten wir noch hier auf den... Äh... Abschleppdienst. Ja. Gut. Könnt ihr alleine fahren? Ja. Gut. Du startest 2. Du startest 2. Oh. Das ging aber schnell. Kam er nicht raus da. Sind Kurpe. Wo ist denn hier die Synkope? So. Wo ist er denn? Müsst du doch hier irgendwo liegen oder nicht? Seh ich nicht. Synkope. Ah ne, Schockzustand. War gar keine Synkope. Hier. Habe ich mir verguckt. Eiskalt verguckt. Toll. Habe ich hier nicht einen? Weil der braucht von da nicht kommen. Aber hier ist... Aber das NEF kann raus von hier. Das ist ganz gut. So, gut. Du startest 2. Gut. Dann mache ich hier mal den Einser noch startklar. Äh... Nehmen wir ein bisschen Wasser. 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 Ach, das ist gar kein Wasser. Äh... Sonst haben wir hier auf dem Gelände... Kein? Oder was? Oder wer? Oder wie? Oder was? Ne, dann müssen wir den hier nehmen. Nehmen wir den? Du kannst da mal einsteigen kurz. Und mal nach hier fahren. Ja, ohne viel Gebrüll. Wenn es geht. Danke. NEF vor Ort. Fahren wir rum um die Kurve. Ach ja. So. Gut. Zack. Rinder. Ja, ach ja. Ach ja. Ach guck mal. Jetzt steht er noch hier. Jetzt fährt er gerade wieder rein. Pass auf. Zeige ich euch. Äh... Jetzt steht er da. Guck. Jetzt steht er da. Da ist er. Ups. Das war... Pull raub. Laden die im Stahl. Komm hier. Komm hier. Ich hätte gern, wie bei welcher Mod war das, dass man, ähm... Guck mal. Bei Winterberg oder so kann man ja auf den draufklicken und dann fangen die den automatisch. Das finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Weil ich mag Polizeieinsätze an sich. Sind nicht meins, sag ich mal so. Ich bin nicht so der Polizist. Verbrechersfang. Bleib stehen. Dankeschön. Ich muss noch ein Stück Dichter fahren. Dann brauche ich nicht so weit laufen. Ja. Und Rinder. Dann kannst du gleich Status 2 machen. Perfekt. 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 Kommst auch mal rum hier. Kann sich mal rückwärts da ranstellen, genau. Zack. Könnte auch Festtagsbeleuchtung ausmachen. Brauchen wir nicht unbedingt. Wie sieht's aus? Sieht gut aus. Dann drücken wir jetzt mal die Daumen. So, bist du voll? Nee. Starte mal die Pumpe, bitte. Vergessen. Oh, Anton, bist wieder so vergesslich. Ach ja. So. Was haben wir hier? So, jetzt dürfte er voll sein. Hast du schon 100%? Wasserstand. 2000 Liter. Sehr schön. Das müssten 100% sein, wenn ich richtig liege. Minus. Und dann Status 2. Sehr schön. Dann ist der auch wieder drin. Hier ist drin. Da ist drin. Gut. Was haben wir denn noch offen? Dann ist jetzt bloß noch... Der Ladendiebstahl wird schon abtransportiert. Und dann noch hier Schockzustand. Gut. Ja, und den können wir direkt einladen, würde ich sagen. Und auch Abtransport-Hörten. Immer diese Abtransport-Hörte. So eine Torte. So. Oh, jetzt sehen wir noch. Ja, bis du da bist. Alter. Das Spiel mobbt mich doch. Das ist doch Mobbing. So, habe ich hier einen? Ja, nehmen wir den. Auch wenn es länger dauert. So lange rennt er ungefähr hier so, ne? Gucken wir mal. Kriegen wir hin. Schaffen wir, würde ich sagen. Oder auch nicht. Ja. Gut, meine lieben Freunde. Das war es dann für diese beiden Episoden. So laut Tonspur sind es jetzt 30 Minuten. Also knapp Viertelstundenfolgen, würde ich sagen. Gute. Denn auf Wiedersehen. Bis das nächste Mal. Und ja. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Tschüssi. Tschüssi.